Hallo, schön, dass du da bist und heute ein extrem wichtiges Video, denn dieses Video geht um das Thema Glaubenssätze. Und zwar, wie du Glaubenssätze bei dir erkennen kannst, ungesunde, negative Glaubenssätze auflösen kannst und auch natürlich verstehst, was überhaupt Glaubenssätze sind. Denn Glaubenssätze bestimmen unser komplettes Leben. Und erstmal schön, dass du hier bist und lass uns direkt hinein starten in dieses Thema. Dieses Video dauert wieder ein bisschen länger, weil es inhaltlich so vollgepackt ist mit ganz, 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 ganz vielen wichtigen Dingen. Und das kann man einfach nicht auf fünf Minuten erklären. Wenn du dir aber selbst diese Zeit schenkst, wird es dein Leben unglaublich bereichern, weil du viel mehr verstehst, warum du die Probleme hast, du die im Leben hast, warum manche Lebensbereiche funktionieren und warum manche Lebensbereiche nicht funktionieren. Und du lernst auch, wie du diese Dinge verändern kannst, die nicht funktionieren, um dadurch ein leichteres Leben zu leben. In den Beziehungen, in deiner Gesundheit, in deinem Beruf, in deinen Finanzen, auf deiner auch eher persönlichen Reise, auf deiner persönlichen Entwicklung. Und wir fangen damit an, was Glaubenssätze überhaupt sind. Und zwar, Glaubenssätze prägen unser ganzes Leben. Sie steuern unser Verhalten, sie steuern unser Denken und sie steuern indirekt sogar das, was wir fühlen. Ob unser Leben schwer oder leicht ist, hängt ab von unseren Glaubenssätzen. Und was sind jetzt Glaubenssätze? Prinzipiell ganz simpel. Es sind neuronale Programme in deinem Kopf, die auf die Welt da draußen reagieren. Das bedeutet, im Außen kommt eine gewisse Information rein. Dieses neuronale Muster in deinem Gehirn reagiert dann drauf und erzeugt dementsprechend Gedanken in deinem Gehirn und Gefühle in deinem Körper und diese Gedanken und diese Gefühle erzeugen wiederum ein Verhalten. Und dieses Verhalten erzeugt natürlich dein Leben. Und diese Programme gibt es in jedem Lebensbereich. Wir haben Millionen dieser Programme. Das Problem ist, und ich werde auch gleich einige oder viele gängige, die ich immer wieder erlebe, nennen. Vielleicht kannst du dich dann damit auch identifizieren und sagen, ah ja, genau dieses Programm habe ich auch. Und oft sind diese Glaubenssätze so tief in uns drin. Wir haben sie aus der Erziehung, aus der Konditionierung, aus der Prägungsphase unseres Lebens einfach mitgenommen. Und wie sozusagen die Muttermilch haben wir diese Glaubenssätze aufgesaugt. Das, was unsere Eltern gedacht haben, das, was die Gesellschaft für richtig bzw. für falsch erachtet, das, was unsere Freunde, unser Umfeld, unsere Lehrer gedacht haben, haben sie auf uns gestülpt und wir haben es unbewusst angenommen. Und das hat sich in unserem Gehirn gespeichert. Und dann reagieren wir so in unserem Leben. Manche dieser Glaubenssätze, wie sie sich bereits gesagt haben, dienen uns. Die bringen uns voran. Und manche wiederum nicht. Und wir gehen jetzt einmal so typische Glaubenssätze durch. Ich habe mir hier tatsächlich heute mal eine lange Liste. Normalerweise mache ich meine Videos zu 95% immer komplett frei. Hier habe ich mir einfach mal eine kleine Liste einfach an Glaubenssätzen aufgeschrieben. Und du spürst mal rein, ob da was mit dir resoniert. Und damit gewinnst du auch viel mehr Verständnis, was überhaupt Glaubenssätze sind. Ein Glaubenssatz ist zum Beispiel, ich kann XYZ nicht. Ich kann nicht singen, ich kann nicht zeichnen, ich kann nicht malen, ich kann nicht Mathe, ich kann nicht Deutsch, ich kann nicht rechtschreiben. Lauter solche Glaubenssätze, wo wir quasi manchmal in unserem Schulsystem einfach angenommen haben, weil wir schlecht waren oder die Lehre gesagt haben, wir können das nicht und das einfach für uns angenommen haben. Aber stell dir jetzt einmal vor, jemand möchte gerne einen Buchschreiben, hat aber diesen tiefen Glaubenssatz, ich kann keine Rechtschreibung, ich bin nicht gut genug beim Schreiben. Der wird nie ein Buchschreiben. Und da kann ich dir gleich eine persönliche Geschichte erzählen, die dauert nicht lange. Ich hatte genau diesen Glaubenssatz. Ich wurde sogar attestiert als Legastheniker, musste dort Intelligenztests machen und lauter solche Dinge. Und da wurde mit einer ziemlich hohen IQ attestiert, aber eine ziemlich beschissene Rechtschreibleistung. Und das habe ich viele Jahre meines Lebens mitgetragen. Bis ich mal beschlossen habe, diesen Glaubenssatz fallen zu lassen, seitdem habe ich viele Bücher geschrieben. Der Ursprung war dieser Glaubenssatz, den einfach durch die schulische Prägung damals auf mich eingedrichtert wurde. Und jeder hat da einen anderen. Ich kann das nicht, ich bin in dem nicht gut. Andere Glaubenssätze. Das Leben ist ein ewiger Kampf. Ein Professor, ich möchte nicht nachdenken, ein Moja-Professor, ein Juraprofessor, ein Rechtsprofessor, der hatte einmal diesen Glaubenssatz, die Welt ist schwer und die Erlösung ist der Tod. Wie glaubst du, dass der das Leben erfahren hat mit so einem Glaubenssatz? Das war wahrscheinlich nicht der Sonnenschein, wenn man an sowas wirklich glaubt. Und das hat er vielleicht irgendwo mal mitbekommen, vielleicht von den Eltern oder irgendwo. Höchst intelligenter Mensch. Das ist auch wichtig. Bei den Glaubenssätzen geht es nicht darum, ob wir intelligent sind oder nicht intelligent sind. Es ist so tief in unserem Unterbewusstsein, dass wir meistens nicht rankommen. Ich möchte heute noch zeigen, wie wir rankommen können. Andere Glaubenssätze. Das Leben ist hart. Macht ist schlecht. Ich muss stark sein. X, Y, Z schaffe ich nie. Ich bin nicht gut genug dafür. Vertraue niemandem. Ich kann mir keine Namen merken. Ich darf meine Meinung nicht sagen. Die Meinung anderer ist mehr wert als meine. Ich habe eben kein Glück. Ich bin unfähig. Ich werde mindestens drei bis vier Mal im Jahr krank. Mir hört keiner zu. Ich bin schuldig. Leiden ist Strafe für die Sünden. Liebe ist eine Illusion. Glaubenssätze zum Körper ist. Mein Körper sollte größer sein. Ich sollte dünner sein. Man muss stärker sein, schwächer sein. Filigraner. Ich bin nicht gut genug. Ich bin zu. Ersetze es mit deinem. Ich muss es alleine schaffen. Keiner hilft mir. Ich nehme es schnell zu. Ich kann mein Gewicht nicht halten. Glaubenssätze zum Thema Gold. Gold ist schlecht. Menschen mit Gold sind schlecht. In der Beziehung. Alle Männer wollen nur das eine. Frauen sind nur für das eine gut. Andere wollen mich immer übers Ohr hauen. Beziehungen sind schwierig. Ich kann keine Beziehungen führen. Und das waren natürlich jetzt lauter negative Glaubenssätze. Beziehungsweise viele Glaubenssätze, die unser Leben einfach negativ beeinflussen. Und vielleicht hast du bei dem einen oder anderen gemerkt, ja, ja, das glaube ich auch. Oder bei einem anderen gesagt hat, nö, das ist nicht meiner. Das ist nicht mein Glaubenssatz. Aber du merkst schon, wenn wir diese Dinge für wahr erachten, und das Spannende ist, wenn ich mit den Menschen daran arbeite, die erachten teilweise diese Glaubenssätze für wirklich, wirklich wahr. Die glauben diesen so fest, dass ihr komplettes Leben danach bestimmt wird. Und das Spannende ist, das Leben wird danach so bestimmt, weil sie daran glauben. Wie sich die Einleitung ganz kurz erklärt hat, funktioniert sehr auf diese Art und Weise. Stell dir vor, von außen kommt eine Information. Die Information ist ein Partner. So, dann geht es in unser Gehirn, und ich sage es mal, die Frau oder der Mann geht auf diesen Glaubenssatz, alle Männer sind Schweine. Sie sieht diese Person, wo erstmal eine Information gibt. Dann kommt dieser Glaubenssatz, alle Männer sind Schweine. Dieser Glaubenssatz zeigt sich dann in den Gedanken von, oh, der will wahrscheinlich wieder bloß das eine von mir, und denen kann man nicht vertrauen. Das sind dann die Gedanken, die wieder gespiegelt werden. Ein Gefühl kommt auf von Misstrauern, von Abwehr. Und was erzeugt das für ein Gehirnverhalten? Es verzeugt ein abwehrendes Verhalten, es erzeugt ein Opferverhalten. Und was werden diese Menschen wieder erleben? Natürlich genau das. Sie bekommen immer und immer und immer wieder das gleiche Ergebnis. Und wenn sie das gleiche Ergebnis erhalten, wird der Glaubenssatz nur noch stärker. Aber sie haben nicht verstanden, dass es am Glaubenssatz liegt. An der Idee. Die ist der Ursprung. Stell dir vor, wie ein Mensch die Welt betrachtet, die sagt, alle Menschen sind liebenswert, oder die meisten Menschen sind wundervolle Männer oder Frauen, oder der andere sagt, ja alle Männer oder alle Frauen sind Schweine. Der Betrachter komplett anders die Welt. Und das ist jetzt nur ein Glaubenssatz. Wir haben Millionen davon. Die Frage ist jetzt, wenn ich da so viele davon habe, wie fange ich an? Wie fange ich an, meine negativen Glaubenssätze zu finden? Und bei mir ist es immer ganz simpel. Nimm dein Problem. Nimm die Herausforderungen, die du gerade im Leben hast. Hast du vielleicht Herausforderungen mit dem Thema Geld? Hast du vielleicht Herausforderungen in deinen Beziehungen? Hast du vielleicht Herausforderungen mit deinen Freunden oder in deinen romantischen Beziehungen? Hast du Herausforderungen mit deiner Gesundheit, mit deinem Körper? Hast du Herausforderungen mit dir, dass du denkst, ja so wie ich bin, passe ich nicht. Hast du Herausforderungen im Beruf oder Probleme? Also nimm quasi das Problem, das Spielfeld in deinem Leben, wo du gerade kämpfst, wo du gerade im Unfrieden bist, wo es nicht rund läuft, wo du sagst, nee, so ist das nicht richtig. Und dann frag dich selbst, was könnte ich über die Welt glauben, dass ich immer so ein Ergebnis erhalte? Beziehungsweise, ich finde diese Frage auch immer ganz spannend, das stelle ich auch gerne in meinen Coachings. Was müsste ein Mensch denken, um genau dasselbe Problem zu erzeugen, das du gerade hast? Was müsste diese Person glauben? Wie müsste diese Person diese Welt sehen, dass er das gleiche Problem von Null erzeugen würde? Ein weiterer Hinweis, wie wir zu diesen Glaubenssätzen vordringen können ist, also erst das Problem, dann fragen, was könnte ich glauben, was könnten andere glauben? Wie erzeugt man, mit was für einem Glauben erzeugt man das Problem? Was auch hilft, weil die meisten Glaubenssätze oder Ideen von der Welt sind in unseren Prägungsjahren entstanden, zwischen vor allem 0 bis 7 Jahren. Dort ist unser Gehirn voll auf Empfangsmodus, der präfrontale Kortex ist noch nicht so aktiv und die meisten Informationen gehen direkt in unser Unterbewusstsein und prägen uns. Und diese Prägungsjahre stimmen zum Großteil unseres Lebens. Und wer hat uns geprägt? Unsere Eltern und unsere engsten Bezugspersonen. Darum können wir uns fragen, was haben meine Eltern, meine direkten Bezugspersonen oder vielleicht die Lehrer in meinem jungen Leben selbst geglaubt? Wie haben die die Welt gesehen? Wie sieht die Gesellschaft im Allgemeinen, in der ich aufgewachsen bin, die Welt? Wenn ich irgendwo aufgewachsen bin und alle gedacht haben, ja, die Reichen sind die Bösen und nur die armen Menschen, die hart für ihr Geld haben, das sind die guten Menschen. Stell dir vor, du hast solche Glaubenssätze. Wie wird dein Leben im finanziellen Bereich aussehen? Du wirst dich immer wieder selbst manipulieren, weil du ja ganz unbewusst denkst, ja, ich bin kein guter Mensch, wenn ich reich werde. Und wenn ich reich bin, dann wäre ich ein schlechter Mensch. Und das will ja eigentlich keiner. Obwohl wir vielleicht oberflächlich doch einen Wohlstand erreichen wollen, wird es unbewusst nie passieren, weil uns das blockiert. Aber so kommen wir ran. Also nimm deine Herausforderung und geh mit dieser Herausforderung. So machst du ja hier ein Coaching. Ich frage, hey, wo ist dein Problem gerade im Leben? Wo ist deine Herausforderung? Warum kommst du zu mir? Wie kann ich dich unterstützen? Und von dort versuche ich dann herauszufinden, wie dieser Mensch die Welt sieht, wie dieser Mensch die Welt verarbeitet, was dieser Mensch über die Welt glaubt. Und wenn wir diese Glaubenssätze erkannt haben, können wir diese lösen. Und ich liebe dazu die Arbeit von Byron Katie. Ich kann dir hier unter dem Video ein kleines Coaching-Formular, das ich auch gern verwende, verlinken. Das lehnt sich ganz stark an, an diese Arbeit von Byron Katie. Ist aber eine kleine Abwandlung. Kannst du hier einfach unter dem Video in der Infobox downloaden. Und dann kannst du eigentlich immer, wenn du Schwierigkeiten, Herausforderungen hast, das hier vorkramen und diese Arbeit machen und an deinen Glaubenssätzen arbeiten. Und die erste Frage, die ich dort immer stelle, ist, ist dieser Gedanke, ist dieser Glaubenssatz wirklich wahr? Beispielsweise, alle reichen Menschen sind schlecht. Ist das wirklich wahr? Und dann würde man vielleicht im ersten Impuls sagen, ja. Dann ist die zweite Frage, ist das wirklich, wirklich richtig? Kannst du 100% davon ausgehen, dass alle Menschen, die reich sind, scheiße sind oder schlechte Menschen sind? Und du merkst schon, dann fängt so ein Glaubenssatz schon an zu bröckeln, weil man ja eigentlich sagt, ja eigentlich nicht alle. Aber dann geht es weiter. Dann fragen wir uns selbst, wie würde dein Leben weiterhin aussetzen, wenn du an diesem Glaubenssatz, an dieser Idee, an diesem Gedanken, an dieser Vorstellung, die dir eingepflanzt wurde, weiter festhältst? Wie entwickelt sich dein Leben weiter? Vor allem in diesem Lebensbereich. Wird dir dessen klar? Weil wenn wir, unser Gehirn, unser bewusster Verstand, es uns klar wird, hey, das ist die Konsequenz, wenn ich weiter an dem festhalte, das ist die Konsequenz, wenn ich weiter dieses Muster lebe, dann lässt unser Gehirn mehr und mehr los. Weil es tut uns nicht gut. Und darum ist auch immer Bewusstsein so wichtig, diese Wachheit, diese Präsenz, diese Achtsamkeit, um das überhaupt wahrzunehmen. Darum zieht sich zum Beispiel auch Achtsamkeit immer durch diesen Kanal. Also erste Frage, ist es wahr? Ist es wirklich, wirklich wahr? Wie sieht mein Leben aus, wenn ich so weitermache? Und wie, die vierte Frage, wie würde dein Leben aussehen, wenn du diesen Glaubenssatz loslässt? Und dann kommt die fünfte Frage, schreib dir das wirklich auf. Und dann kommt so eine Art Umkehrung, wo wir die Idee, die wir glauben, einmal umkehren und beobachten, was das mit uns macht. Zum Beispiel, wenn wir sagen, alle reichen Menschen sind schlecht, was würde passieren, wenn wir glauben, alle reichen Menschen sind gute Menschen? Beziehungsweise, ich mache jetzt mal die Umkehrung von anderen Glaubenssätzen, die ich mir noch aufgeschrieben habe. Zum Beispiel, das Leben ist hart und die Umkehrung, das Leben ist leicht. Oder eine andere umkehren, ich bin hart. Was das mit dir macht? Vielleicht ist nicht das Leben hart, sondern du bist hart zu dir. Und in der Anleitung, ich möchte jetzt nicht alle Glaubenssätze, die ich mir aufgeschrieben habe, weil es vielleicht auch nicht deines sind, durchgehen. Aber in diesem kleinen Blatt, das ich hier unter dem Video verlinkt habe, das ich dir dann zusenden kann, ist es nochmal so ein bisschen erklärt. Und damit kannst du arbeiten. Und mach das auch ganz konkret. Mach diese Arbeit. Wenn du wo Schwierigkeiten im Leben hast, mach diese Arbeit. Das ist der Grund, warum sich viele einen Coach suchen, weil der, es gibt natürlich viele Methoden zu arbeiten, aber das ist eine sehr gängige Art und Weise herauszufügen, wie verarbeitet mein Gehirn die Welt. Denn meistens sind diese Programme, haben nichts mit der Welt zu tun. Im Grunde genommen so gut wie nie. Und darauf dürfen wir kommen. Und die, wenn wir verändern, verändert sich auch meistens alles. Wenn wir diese loslassen, das ist wie manchmal wie so ein Stein, so ein Ballast, den wir loslassen. Und so können wir Herausforderungen, Herausforderungen uns mehr kennenlernen, zu sehen, was glauben wir. Und was erzeugt dieser Glauben für Gedanken, für Gefühle, für Verhalten. Und dadurch können wir wachsen und uns mehr ein Leben kreieren, dafür, dass wir Bock haben. Und da ist Bewusstsein eine wichtige Rolle, ist das, was wir auf dem Kanal machen hier, dieses kontinuierliche Wachstum, das ist wichtig. Und ich möchte mich bedanken, dass du da bist. Teil auch gerne dieses Video per WhatsApp oder E-Mail mit deiner Freundin und deinen Liebsten. Das freut mich immer, weil es so zentral wichtig ist. Und dann möchte ich mich einfach bei dir bedanken. Wie gesagt, wenn du das Blatt haben möchtest, ist es in der Beschreibung drin. Und wünsche dir einen wundervollen Moment. Und tolle Erfahrungen mit dieser Arbeit. Bis bald, dein Peter Bär. Tschüss. 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 Tschüss.